So, hallo, halli, hallöchen, liebe Wifelsen, das ist der Meso Manga, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Privateinsatz Manga. Ich weiß nicht, wie lange ich Pause mache oder inwiefern, wann das hier jetzt zu sehen ist, deswegen sage ich einfach mal der zweite Teil im April, wenn nicht der erste im Mai, egal, darum soll es ja nicht gehen. Heute zeige ich euch mal wieder, es ist viel gekommen, ich werde euch viel zeigen können heute, wahrscheinlich jetzt nicht so viel abwechslungsreiches, aber hey. Wir beginnen einfach, Störungsgeräusche könnten eventuell da sein, denn mein Opa ist zu Besuch und der ist unglaublich laut. Ja, der Gute hört nicht mehr so gut und deswegen ist er halt immer ein bisschen lauter. Das ist im Alter manchmal so. Deswegen tut mir leid, wenn man irgendwie irgendwelche lauteren Geräusche hört, ist aber, denke ich mal, nicht so schlimm. Gut, wir fangen einfach an und zwar mit den Visual Artworks von Yasuomi Umezu. Umezu ist unter vielen Sachen bekannt, also er war schon Regisseur, also er saß schon in der Regie, er hat, wie nennt man das Ganze, Key Animations und so weiter, so Sachen eben gemacht. Aber ganz bekannt wurde er, also er ist vielseitig und begabt, sage ich jetzt mal, aber er hat vor allem eine Sache, die natürlich heraussticht. Und das sind Charakter Designs und man kennt diese Charakter Designs vor allem aus zwei, ja ich sag mal, ja wie soll man sagen, also Hentai-Thriller-Anime, unter anderem Kite, Kite Liberator und Mesoforte. Aber er hat auch, in Anführungszeichen, normale Serien gemacht, wie zum Beispiel das Sequel zu Mesoforte, wo glaube ich nur Mezzo hieß, oder ne, ne, Mezzo-Meso-DSA oder sowas, irgendwie sowas. Und Wizard Baristas, das dürfte so sein neustes Werk sein, mit seinen Charakter Designs. Und ja, ich hab mir Borderless geholt, Moment, Borderless und Borderless sind seine, also man sieht auch schon relativ großes Artbook. Das hat, das kostet im Normalfall so rund um die 40 bis 45 Euro. Hab's allerdings natürlich erstmal das Internet auf den Kopf gestellt, um zu gucken, ob es da nicht irgendwo eine Variante gibt, die ein bisschen günstiger ist. Und ich hab's für 30 Euro bekommen. Ist immerhin doch relativ okay. Man muss dazu sagen, wie gesagt, das Ding kommt direkt aus Japan. Und, ähm, mit Versandkosten 30 Euro, da kann man eigentlich nicht meckern. War natürlich auch nicht einfach, sowas zu finden, aber wer suchet, der findet, sag ich immer. Man kann natürlich immer gleich die teuren Sachen auf Ebay nehmen oder man macht sich halt ein bisschen schlau, was es im Internet sonst noch so gibt. Werde dazu auch mal irgendwann ein Video machen, wo ich mal so, ähm, pro Episode quasi einen Shop oder irgendwas in der Richtung vorstelle und so ein bisschen zeige, wie geht's. Ähm, natürlich ist das Ding gebraucht, sieht man vielleicht so ein bisschen, hat Lagerspuren oben. Ist das so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen vergilbt, aber halt irgendwie so Staubresten, die sich reingefressen haben. Ist aber für mich persönlich jetzt nicht so schlimm, weil ich, das Ding bekommt man auch nicht mehr neu und wenn man es neu will, dann zahlt man schon mal seine 70 Euro dafür. Und das ist es mir dann irgendwie nicht wert. Hier hinten steht auch nochmal drauf, was das alles ist. Genau, ey, Kite, genau, also Kite, ähm, dann Mezzo Forte, Mezzo Kite Liberator, Great Guardians, Girls High, sagt mir alles nichts. Ich glaube auch, das sind, dürfte dann auch Spiele sein. Ähm, und, ähm, ja. Ja, ich zeige euch einfach mal ganz kurz im Durchschnelllauf, Schnelldurchlauf, ne, wie das Ganze da drin aussieht. Ja, das ist natürlich aufpassen. Äh, was zeigen wir da? Ja, genau. Zum Beispiel. Kann man das erkennen? Ja, denke schon mal. Oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht mehr, es ist schon ein bisschen länger her. Das ist dann die Serie gewesen. Natürlich ist da noch viel mehr drin, aber ich kann euch da jetzt nicht alles zeigen. Ich denke mal, wenn ihr es genauer angucken wollt, dann gibt es bestimmt im Internet Möglichkeiten dazu und vor allem gibt es die Pause-Funktion auf YouTube, die viele auch wunderbar nutzen könnten, um mal auf Pause zu drücken und zu gucken, wie das dann so aussieht. Ja, hier haben wir auch, mhm, Sawa, Akai, Oguri, sehr cool, auf jeden Fall. Ja, man muss sagen, mich hat der Zeichner oder der Charakterdesigner einfach sehr begeistert, weil das war, glaube ich, so der erste Hentai, ich glaube, der kam sogar in der Vox Knight, wenn mich nicht alles täuscht. Entweder war es Kite oder war es Mezzo, weiß ich jetzt nicht genau, Mezzo Forte in dem Fall. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt wirklich, die Story hat einen da halt wirklich mitgerissen, beziehungsweise diese Dramatik. Im Grunde würde ich das Ganze nicht wirklich so sehr Hentai nennen, was es vielleicht immer noch ist, in einem gewissen Sichtpunkt, aber es hat viel mehr, wie soll ich sagen, es hat eine Story, ja, es hat was, wo irgendwie so noch diesen alten, dreckigen, bösartigen Charme hat, der mir einfach ziemlich gut gefällt. Es ist halt wirklich, es erschafft halt wirklich eine Welt voller Verzweiflung und wenig Hoffnung und das Ganze kombiniert, ich habe es ja immer wieder gesagt, ich bin eh immer, also ich war damals ganz großer Metal-Fan, höre heute auch noch ab und zu Metal, aber es ist jetzt nicht mehr so extrem wie damals zu meiner Jungspundzeit, sage ich mal und demnach ist es bei mir heute ein bisschen anders, aber ich habe es immer gerne verglichen, du kannst eigentlich noch so viel über brutale Sachen singen, aber wenn du zwei Dinge kombinierst, die komplett entgegengesetzt sind, und zwar Gewalt und Liebe, wenn du das kombinierst quasi, also so gesehen, wenn man es jetzt mal in pornografischer Hinsicht sieht, gibt es da glaube ich diese Snuff-Filme oder was das da ist, unglaublich ekelhaftes, abartiges Zeug, das einfach nur bescheuert ist und verboten gehört überall, aber Verbot hilft ja meistens nicht. Ja, das sind einfach so Sachen, wo du dann denkst, das gibt dem Ganzen noch diese gewisse zusätzliche Dramatik, die einfach unglaublich, unglaublich, ja, wie soll ich sagen, einen mies macht, so vom Gefühl her, also das sind jetzt nicht so die typischen, ja, wie soll ich sagen, das sind keine Wohlfühlmomente wirklich drin, und das hat mich aber irgendwie wieder fasziniert, weil es irgendwie, zumindestens damals, was Besonderes darstellte noch, und heute noch muss ich sagen, ich finde seine Werke einfach klasse, ich habe auch jetzt wieder neulich nahezu fast alles von Wizard Baristas angeschaut, und ich muss sagen, allein halt auch schon durch das Charakterdesign gefällt mir die Serie halt wirklich gut, und ich habe in einem Podcast, in unserem Stammtisch-Podcast, habe ich dazu mehr berichtet, warum mir die Serie noch gut gefällt. Gut, das soll es mal gewesen sein, acht Minuten über Umetsu ist, glaube ich, mehr als genug, dann kommen wir jetzt noch zu den Manga, und zwar ist noch dazugekommen, jetzt zeige ich es halt trotzdem nochmal, obwohl ich gesagt habe, ich zeige es nicht, aber egal, ich zeige es trotzdem, oh mein Gott, das Band 38 ist jetzt noch gekommen, ja, ich hatte jetzt schon in den Kommentaren eine, ne, ich miete es nicht in Diskussionen, aber eine, eine Thematik so von wegen, ja, gespiegelte Manga wollen die meisten nicht mehr, und deswegen haben sie Probleme, und die Omnibus-Bänder sind aber zu fett in England, ja, das ist halt so die Sache, ne, also ich persönlich habe da jetzt nicht so das Problem mit, weil ich bin mehr oder minder mit Love, China, was normal war, also von der Leserichtung, japanisch halt in dem Fall normal, und oh mein Gottes, was normal in der Leserichtung war, was sehr merkwürdig ist, wenn man es mal überlegt, aber hey, die haben mich quasi ins Manga-Genre auch richtig reingebracht, und deswegen, ich bin es halt einfach auch gewöhnt, ich habe auch immer mal wieder, oh mein Gottes, reingelesen, ich finde es jetzt persönlich nicht so schwer, deswegen habe ich damit weniger Probleme, so, dann habe ich noch zwei Empfehlungen, die ich mal vom Don bekommen habe, beziehungsweise in unserem Manga-Podcast, den ihr bei ihm anschauen oder in der Playlist zu, Gott, jetzt muss ich überlegen, zum Manga-Podcast, genau, könnt ihr einfach suchen, Playlist Manga-Podcast, und da müsste es dann drin sein, sind drei Stück, relativ groß, in dem dritten Schweifen war einfach nur ab, die ersten zwei haben noch was mit Manga zu tun, könnt ihr bei ihm reinschauen, vielleicht ihn abonnieren, und wenn es euch gefällt, oder ansonsten halt, wie gesagt, in der Playlist, da mal reinschauen, vielleicht werde ich es unten verlinken, ich muss mal gucken, vielleicht denke ich dran, vielleicht nicht, auf jeden Fall hat er zum einen empfohlen, Yakuza Girl, da ist jetzt Band 1 und Band 2 angekommen, es sieht auch, vor allem hier hinten, muss ich sagen, relativ interessant aus, weil, what the fuck, Elfen, okay, jetzt hat der Manga mich auf jeden Fall, weil das ist mal was Interessantes, aktuelle Zeit, Kämpfe, und dann Elfen, und Flugzeug, Bomber, okay, das wird toll, das ist ein Action-Manga, und mehr weiß ich darüber auch noch nicht, also nicht mehr als das, was Don jetzt so gesagt hat, also es soll so ein bisschen in die Ikitosan-Richtung gehen, die haben besondere Tattoos, die ihnen halt magische Kräfte oder starke Kräfte verleihen, und dann hauen die sich gegenseitig auf die Nase aller Martial Arts oder whatever, ähm, hab ich kein Problem mit, find ich geil, so, dann, ähm, hat er noch empfohlen, und zwar eine, Moment, das ist von Planet Manga, genau, und das hier, was jetzt hier kommt, ist von Carlson, und zwar ist das tatsächlich ein Horrormangel, das muss man sich mal geben, ich hätte nie gedacht, dass es ein Horrormanga ist, ich hab eher so gedacht, ja, das ist halt wieder so ein Action-Shonen, aber nein, es ist tatsächlich ein Horrormanga, das, äh, macht mich echt fertig, äh, so, so, so nach dem Motto, don't judge a book by its cover, ja, äh, Kamiyadori, hab ich jetzt, äh, bekommen, beziehungsweise ist es angekommen, ich hab, äh, Band 1, Band 2, die Cover sind auch sehr interessant, Band 3, äh, Band 4, ich weiß, ich weiß, dass Nacktheit irgendwie die Thematik in Japan ist, aber manchmal, what the fuck, vor allem Band 5, egal, äh, die hab ich, äh, bei einem, äh, bei einer, äh, Manga-Börse bekommen, günstig, und, äh, Band 5 hab ich mir eben halt einfach so bestellt, äh, kam im Grunde komplett günstiger raus bei, so, und das ist Band 5, und das ist tatsächlich ein Horrormanga, das ist, äh, nee, das hätte ich nie gedacht, dass das ein Horrormanga ist, ähm, dreht sich irgendwie a la, äh, Black Bullet so ein bisschen um, äh, Virus und, äh, Menschheit, Aua und Hass nicht gesehen, und, ja, mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen, werde ich dann vielleicht mal, wenn ich eine Manga-Review oder sowas in der Richtung dazu mache, Yakuza-Girl ebenfalls, denke mal, das wird noch kommen, so, ansonsten wär's das soweit, ich denke mal, das ist ja auch wieder schön genug, sind fast 15 Minuten, wenn ich jetzt so ein bisschen länger rede, dann dürfte die Sache wohl passen, ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen, und, ähm, ich hoffe, dass vielleicht für den einen oder anderen was dabei war, wo er gesagt hat, hey, das würde ich mir noch holen, also ist im Grunde, alles, was ich hier vorgestellt hab, ist keine, nichts davon eine Rarität oder so, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man bei Kamiya Dori vielleicht für den einen oder anderen Band mal vielleicht zwei Euro mehr ausgeben muss, als der Originalpreis war, aber das im Vergleich zu anderen Sammlerwerten noch ziemlich, hm, ähm, sag mal, nett, freundlich, zuvorkommend, kulant. Bis dahin, euer René von der Maison Manga, ciao. Ciao.